Herr Präsident, Herr Bundesminister, sehr harmonisch in der Bundesregierung, wenn man hier hört, die Vertreter von ESPÖ und ÖVP, die sich gegenseitig ausrichten, wie sie den ländlichen Raum fördern, indem sie die Breitbandoffensive behindern. Also ich möchte nicht wissen, wie es zugeht, wenn er mal nicht so harmonisch ist in der Bundesregierung, als wie Sie es hier verkünden. Also ganz glaube ich das nicht. Das wird möglicherweise der Europawahl geschuldet sein. Mag schon sein. Aber man muss schon auf einige Dinge hinweisen. Ich habe immer gesprochen vom Wachstumsmotor ländlicher Raum. Wenn wir hier auf die Bauern Rücksicht nehmen und uns die Entwicklung in den letzten 20 Jahren seit 1995 ansehen, dann wissen wir, 30 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe haben zugesperrt. Das ist keine Erfindung der Freiheitlichen. Das ist eine Feststellung der Statistik Austria. 30 Prozent. Wie können Sie hier von einem Erfolgsmodell reden, das Sie hier weiterführen wollen? Wir müssen gravierendere, andere Maßnahmen setzen, um den ländlichen Raum zu stärken. Alle loben hier von den Regierungsparteien den ländlichen Raum, wie wichtig der ist. Haben Sie etwas gegen die Abwanderung unternommen? Schauen Sie in die ländlichen Regionen, in die Täler hinein. Hier werden Polizeiposten geschlossen, hier werden Postämter geschlossen, hier gibt es Schulschließungen. Und Sie reden hier von einer Welt, die es nicht gibt. Die Welt gibt es nicht mehr. Hier müssen wir Maßnahmen setzen, um wirklich, wirklich den ländlichen Raum zu unterstützen. Denn ich glaube, er hat es verdient. Hier geht es nicht nur um Lebensmittelproduktion im landwirtschaftlichen Bereich. Hier geht es um unsere österreichische Kulturlandschaft. Und auch ein Wort zur Europawahl und zur Frau Köstinger möchte ich auch sagen. Ich hätte mir heute gewünscht, dass wir nicht über ländliche Entwicklung reden. Ländliche Entwicklung haben wir noch das nächste halbe Jahr. Hier haben wir noch einige Themen abzuarbeiten, wo es um Verteilungsgerechtigkeit geht, wo es um die verschiedenen Maßnahmen und Ausgleichszahlungen geht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir über das wesentlichste Projekt, das Europa auch im Landwirtschaftsbereich betrifft, reden. Nämlich über das DTIP-Abkommen. Wir haben sie mit einem Nebensatz erwähnt, was aber das Wesentliche in den kommenden Monaten sein wird. Und hier mache ich Ihnen allen, auch der Abgeordneten Köstinger, die ja maßgeblich, wie Sie alle sagen, immer für die Landwirtschaft ihr Wort erhebt in Brüssel, für diese Geheimniskrämerei um dieses Abkommen verantwortlich. Und ich ersuche auch die Bürger, sich darüber im Klaren zu sein, was diese Geheimniskrämerei denn wirklich bedeutet. Wenn alles so eitelwonne und so gut wäre, dann gäbe es keinen Grund, hier eine solche Geheimniskrämerei zu betreiben. Und wenn alle reden von Chlorhuhn, Hormonfleisch und Gentechnik, das muss ja alles verhindert werden. Und das ist vielleicht gar nicht in diesem Abkommen drin. Warum macht die Europäische Union solche Dinge nicht öffentlich? Glauben Sie wirklich, dass sich die Bürger hier so an der Nase herumführen lassen? Und glauben Sie wirklich, dass das das Vertrauen in die europäischen Institutionen stärkt, wenn über das maßgebliche Abkommen der kommenden Jahre den Handelsbeziehungen zwischen Europa und der USA so eine Geheimniskrämerei betrieben wird? Ich fordere Sie auf, hier die Tatsachen auf den Tisch zu legen, auch einmal die österreichische Verhandlungsposition klarzulegen. Was will denn Österreich hier überhaupt? Hier hat man kein einziges Wort gehört. Weder von Ihnen, Herr Minister, weder vom Herrn Bundeskanzler, weder von der EU-Abgeordneten Frau Köstinger, weder von der SPÖ-Fraktion aus dem EU-Parlament. Von niemandem hört man hier etwas. Hier ist etwas im Busch. Und das ist nicht gut für Österreich, nicht gut für unsere Bürger und Konsumenten und schon gar nicht gut für unsere Landwirtschaft. Und Österreich, und das ist ja das Thema der Aktuellen Stunde, ist zweifellos lebenswert, Herr Minister. Das werden alle hier bestätigen. Aber es ist nicht der Politik geschuldet und schon gar nicht der Agrarpolitik der ÖVP. Das muss man auch einmal klar und deutlich festhalten. Und ich möchte noch abschließend noch auf eines hinweisen, auf eines möchte ich noch hinweisen. Ich habe gedacht, nach dem Übergang des Ministeriums auf Ihre Person, Herr Minister, hat sich das aufgehört mit der Geldverschwendung, mit dieser unerträglichen Inseraten-Geschichte, die Ihr Vorgänger bis zum Exzess mit Millionenbeträgen betrieben hat. Und jetzt sehen wir vor der Europawahl zufällig, diese Inserate ganzseitig, ganzseitig in allen österreichischen Tageszeitungen und Magazinen, wo das Lebensministerium beworben wird, sichert keinen einzigen Arbeitsplatz, hilft keinem Landwirt, kostet Hunderttausende von Euro. Herr Minister, stellen Sie zumindest das ab, auch das wäre ein großer Beitrag zur Budgetkonsolidierung in Österreich. Und wenn schon alle hier einen großen Aufruf machen, zur EU-Wahl zu gehen, so beteiligen uns auch wir daran. Liebe Bürger, machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Unterstützen Sie auch die Kräfte, die sich konstruktiv, aber auch kritisch mit diesen Entwicklungen in Europa beschäftigen. Der Agrarsprecher der FPÖ, Harald Janach, kritisiert die Geheimniskrämerei gerade bei den Agrarthemen in den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten.